Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und Vervielfältigungsrechte, kurz GEMA, vertritt die Urheberrechte von mehr als 60.000 Musikern, Musikverlegern und Komponisten. Weltweit sind bei der GEMA über eine Million Rechteinhaber. Somit gehört sie zu den größten Autorengesellschaften für Musikwerke. Überall wo Musik der GEMA-Mitglieder gespielt oder verwendet wird, müssen Vervielfältigungsgebühren an die GEMA bezahlt werden. Urheberrechte von Musikern werden so geschützt. Das klingt für die Künstler selber und für deren Vertreter ja eigentlich positiv. Es scheint aber einen kleinen Haken zu geben. Grundsätzlich halte ich den Anspruch der GEMA für den Schutz der Urheberrechte von Musikern und Komponisten und Komponistinnen eine Infrastruktur für absolut richtig. Das Problem im Umgang mit der GEMA ist, die GEMA hat eine absolute Monopolstellung in Deutschland. Sie hat zwei verschiedene Klassen von Mitgliedern. Also ich bin kein Vollmitglied, das ist man erst ab einem Umsatz von so und so viel. Und die GEMA hat sich erlaubt in den letzten Jahren einige Verfahrensveränderungen vorzunehmen, die kleine Künstler sehr stark benachteiligt gegenüber größeren Künstlern. Also die GEMA hilft leider nicht so, wie sie helfen könnte. Also die GEMA kassiert von den Clubs, kassiert von den ganzen Restaurants, Kneipen, Clubs bei Partys oder wie auch immer bei Konzerten. Immer hält die GEMA ja eigentlich die Hand auf. Das Problem ist nur nachher dann die Ausschüttung, die Vergütung. Also es ist da dummerweise so, dass dann ein wie auch immer gearteter GEMA-Beirat beschließt, wie nachher alles, was in diesen großen Topf kommt, ausgeschüttet wird. Das wird nach Airplay bei den großen Sendern und nach CD-Verkäufen mehr oder weniger grob ausgeschüttet. Das heißt, wenn GEMA Kohle fließt, also die jetzt führen ab, sie kann aber nicht zugeordnet werden. Also hier spielen immer beispielsweise kleine Bands, dann werden die nach den Charts verteilt. Das heißt also, hier spielt eine kleine Independent-Band und die Kohle, die die GEMA dafür einstreicht, kommt unter Umständen bei Dieter Bohlen an. Das finde ich zutiefst bedauerlich. Aufgrund der Einbrüche im Tonträgermarkt, wie illegales Brennen oder Downloaden, läuft das Musikgeschäft nun nicht mehr allzu gut. An Lifex kann man trotz dieser Tatsachen weiterhin gut verdienen. Die GEMA hat nun angekündigt, die Gebühren für Konzertveranstalter bis zum Jahr 2014 schrittweise um 14 Prozent anzuheben. Protest kommt von vielen Seiten, doch am härtesten wird es wohl die kleinen Veranstalter treffen, da die Kosten, die unter anderem durch die Pauschalgebühren der GEMA entstehen, bei kleinen Veranstaltungen mit wenig Besucherzahlen nicht gedeckt werden können. Monika Bestle, eine Veranstalterin, die eine Kleinkunstbühne in Sonndhofen betreibt, hat nun beim Bundestag eine Online-Petition gegen die GEMA eingereicht. Darin fordert sie zum Beispiel eine umfassende Reformierung der GEMA im Hinblick auf die Berechnungsgrundlagen für Kleinveranstalter und die Vereinfachung der Geschäftsbedingungen. Wir können nun darauf hoffen, dass diese Petition etwas bewirken wird. Andernfalls werden wir als Konzertbesucher diese Missverhältnisse auch zu spüren bekommen.